Und zurück zu Dark Souls 3, mittlerweile die 69. Folge und heute geht es weiter mit dem Drachen, dem haben wir uns ja in der letzten Folge ja ganz kurz angeschaut, da war er hier oben gesessen und ist immer kurz hier rumgeflogen. Bin ich gespannt, wie es mit dem weitergeht. Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt gleich gegen ihn kämpfen müssen, weil ich ja doch 89.000 Seelen habe, knapp 90.000 und ich hoffe mal, dass ich da irgendwie schnell, okay, er sitzt da oben, dass ich da schnell vorbeikomme. Ei, 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 ich probiere es nochmal mit dem Bogen. Das wirkt ihn überhaupt nicht. Okay, Treffen tu ich ihn, aber ich kann nichts machen. Ich will da nicht durch. Ich hab Angst. Bitte, bleib einfach da oben sitzen. Ich tu dir nichts. Wenn du mir nichts tust, tu ich dir auch nichts. Abgemacht. Scheiße. Oh. Okay, es ist wahrscheinlich wie ein Startgebiet, der triggert anscheinend, wenn ich hier weiter vorgehe. Okay. Schauen wir nochmal. Ja, okay, er triggert, wenn ich weiter vorgehe. Okay, das heißt, ich muss hier durchrennen. Vielleicht kann ich mich da oben in den... Oh, das ist schon wieder so ein komisches, ekliges Rollding. Ich könnte locker mal schießen, wenn die da vorbeirollen. So, also noch so ein Rollding. Da oben wäre irgendwie so ein Art Haus oder sowas. Also so eine Ruine. Ich weiß nicht, ob ich da rein kann. Ich probiere es einfach. Oh, fuck, 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 fuck. Äh. Lauf. Forest, lauf. Oh. Komm mir nicht durch. Trank. Trank. Okay. Er hat jetzt aber nicht viel Schaden gemacht. Also ich glaube, dass er dich auf jeden Fall trifft. So, und dann geht's ready. Hm. Ist doch schon wieder so ein... So ein Bimmelmann, oder? Ah, wer kann hier ein Handy geben? Alles klar. Der Bogen macht schon relativ viel Schaden. Ich habe den mittlerweile auch schon auf 10 aufgestuft, den Bogen. Ist ja nie verkehrt. Kann man am nächsten Mal ein bisschen die hier ein bisschen wegballern, sag ich jetzt mal. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Genau, da unten haben wir die Kiste geöffnet. Genau, jetzt sind wir hier oben. So. Immer schön ruhig. Und entspannt. Warum kann man hier hochgehen? Kann man da runterspringen? Gibt's irgendwas? Kann man da durchspringen? Ne. Ja, schon wieder so ein komisches Ding. Will ich hier runterspringen, oder will ich hier nicht runterspringen? Okay, hier sieht's relativ clean aus. Nachricht lesen. Um den Pfad des Drachen zu beschreiten, darf die große Glocke nicht geläutet werden. Okay, schätze ich mal der Hebel da, was da gemeint ist, und dann wird die Glocke geläutet. Okay, mach ich noch nicht. Ich schau mich erst noch ein bisschen um. Sehr gut, ein Leuchtfeuer. Sehr gut. So, ich glaub, wir rasten jetzt aber. Meine Mobs sind hier eh nicht da, glaub ich, was ich gesehen hab jetzt. Achso, hier unten wahrscheinlich wieder. Aber ich glaub, ich geh jetzt mal zurück. Okay. Und spring da schnell. Achso, ist der schon wieder da. Okay. Ich bin gespannt, was jetzt wieder kommt, wenn er geläutet hat. Ein komischer Fuzzi wahrscheinlich. Irgend so, ey, komischer Fuzzi. Irgend so ein Ritter. Ach Gott, was ist denn der schon wieder? Ja, mach's gut. Eger. Brrn. Wo sind meine Seelen? Ricards Rapier. So, jetzt gehen wir aber mal hier hoch. Wollt ihr eigentlich da reingucken? Nee. Ja, die hoch, 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 hoch. Ey, die sind echt nicht schnell oder sowas, aber die, die geben, oh. Die geben ihn komplett auf, auf der Eier, ey. Okay, hier ist der Drache. Ist das der Drache, der uns vorher verfolgt hat? Hinten ist ein Riesenvieh. Ach, scheiße. Boah. Mach dich weg hier. Wo haben wir... Okay, jetzt geht's voran. Mein Gott, ich mach gar keinen Schaden bei dem. Schwere Rüstung an dir. Manause dir. Okay, ich glaube, das wird ein längerer Kampf. Kann's aber... Oh, alter. Oh, was macht der denn jetzt? Mach keinen Scheiß. Boah, alter. Nee, wir sind ein Buff drin gehabt. Okay, paar schneide Stege und dann wieder weg. Okay, der wird mich parieren, ja. Oh. Oh. Kann ich nicht backsteppen hier? Nein, nicht. Oh, der ist hart. Hardcore. What? Oh. 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 Okay, ich hab ihn gleich Nein Boah, jetzt hab ich gedacht, ja Ich bin parry Okay, down Uh So, und schauen wir mal, was der beschützt hat hier Titanitschorle, sehr schön Können wir ja wieder Eine Waffe auf 10 upgraden Sehr schön, sehr schön Oh, jetzt hier lang Sind wir irgendwo in so einem oberen Bereich Hängen wir runter Okay Das war ja das mit dem Drachen Hier sind wir langgerannt Oh, schon wieder so ein blödes Vieh Verstärkte Zauberbarriere Okay Jetzt kommen wir hier nochmal lang Genau, hier sind die Komischen Heinis Die brauchen wir jetzt nicht Jetzt gehen wir aber nochmal da hoch Weil ich will nochmal schauen Ob wir da irgendwas vergessen haben Genau, das war dann glaube ich hier oben lang Hier lang Und dann da gleich Jetzt bin ich wieder an die Idioten da vorbei So Schauen wir nochmal Hier wird es lang gehen Oder? Ne, hier kommt man nicht lang Versperrt Kann man nichts machen Ja, ist glaube ich Kein Weg mehr Okay Dann würde ich sagen Gehen wir mal wieder runter Ah, da ist eine Kiste Das würden wir schon noch holen Okay Gehen wir hier weiter Bei den Schlangenmenschen Ah, hat sich wieder zwei Nein Es wird ja einen Backstab geben Das du vorgibst So, das würde ich sagen Ist Ruhe Ruhe im Puff So, hier ist nix Ah, ich glaube Da haben wir einen Shortcut Da vorne Ich hoffe es zumindest Oder? Oder, oder, oder Ah, da ist die große Glocke Okay Blut Hä? Hier geht nix Hier geht nix Noch nicht Okay Und weiter Seele Schauen wir uns hier nochmal um Wo geht's hier lang Hier geht's zum Leuchtfall Ich glaube Ich werde jetzt mal schnell Muss ich zwar die zwei Idioten Und wieder machen Aber ist wurscht Ich will mein erstes wieder auffüllen Gut, dann machen wir gleich weiter Warte mal Warte mal, ich war gleich mal im Bogen Wenigstens schon mal anhitten Wenigstens schon mal anhitten Ja, war meins Ja, komm, mach den Mund auf Ähm Alles klar So, und weiter Da oben ist noch einer Da oben ist noch einer Wenn wir ihn auch gleich mal anhitten Ist gar nicht schlecht mit dem Bogen Ah, der gibt mir ja den richtigen Sack da oben actually Der geht's! Oh, magical Es ist ja und ja Ichoy Ich setze Kann man die gar nicht Mann Alter Stirb Maaann Mann, Mann, Mann Was ist denn da los? Wie viel große kommt denn da noch? Ah, das ist doch scheiße Mann Geht mal hier hoch Resettet bitte Dann kommt ihr nicht runter Gehen die vielleicht bloß Patrouille? Das ist ja natürlich sehr gut Kommen wir jetzt nicht hier hoch, oder? Okay, der geht weiter Aber der Wenn wir den kümmern Mann, ich habe wieder Falsche Taste gerückt Was ist denn da? Was ist denn da? Oh, die gehen wenigstens gut sehen. So, okay, Leute. Ich würde sagen, das war es jetzt schon wieder mit der Folge. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, schaltet auf jeden Fall ein. Die nächste Folge kommt auch bald. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.